Hallo und guten Morgen. Ja, ich bin im Kindergarten und am Ende jeder Musikstunde, die ich mit den Kindern mache, singe ich das Auf Wiedersehen Lied. Und da kommt so ein bisschen drin vor, was ich in der Stunde mit den Kindern gemacht habe. Und das Lied, das geht so. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Mit euch war es heute wieder schön Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Mit euch war es heute wieder schön Ja, hier mit euch zu singen La 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 Hier mit euch zu hüpfen Hüpf, 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 hüpf Hier mit euch zu fliegen Flieg, flieg, flieg Und hier mit euch zu winken Winken Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss